Hallo liebe Fans, eure Nutella ist wieder da. Ich habe echt laut eine Fahne. Warum? Denk dran, dass es noch ein bisschen Kopf-Sachen zu tun hat. Das Kopf bitte geht nicht so viel. Ich habe ein Fritz-Walter-Buch. Fritz-Walter, Kapitän Kurdeutschland. Vom Kaiserslautern-Buch, die Rosenteufel. Dieses Buch mit Herzblut zurück. Die Auswärtige Saison des FC Kaiserslautern 2009-2010. Das habe ich. FC Bayern München. Erste FC Kaiserslautern. Alle 30.05.2003-DFB-Pokalfinale Berlin. Ja klar, das habe ich genutzt, diese Pappenputze. Und ich habe mehrere Hefte. Und diese Zeitung da von Kaiserslautern. Und dieses lange Teil. Das heißt, ich kann es euch hier zeigen. Willkommen in der Hölle. Willkommen in der Hölle. Das war mein erster Fach vom Kaiserslautern.